Die See, die wird rau. Die alte Sau. Oh ja. Der Anker, der Heide wird auch irgendwie ganz komisch. Buschig. Ja, der wird buschig. Das ist ein großer Fisch. Ein bisschen hier wieder leer machen. Achso, quatsch da. Zack, zack. Zack, zack. Und ich brauche was zu essen. Ich brauche was zu essen. Ich brauche was zu essen. Ah gut, da ist schon gerade ein Riesenteil, äh, Riesen, äh, wie heißen die Dinger? Äh, fast bei dir gerade da in dem neu, äh, angelegten, äh, hier Fischernetz bei dir geblieben, hängen geblieben. Ja, siehst du. Oh, Alter. Was ist denn hier los? Plankenschrott, dann kann ich nämlich vielleicht nochmal gucken, ob ich nochmal so Fischerdinger machen kann. Mhm. Weil die können wir ja nachher umbauen, das habe ich ja jetzt festgestellt. Naja. So, wo bleiben denn die Fische? Beißen die heute? Gut, das war's dann mit meinem, irgendwie in meiner Angel. Ja gut, wir haben ja jetzt auch... Zack. Ich versuche das jetzt hier alles nur ein bisschen auch zu verbessern. Naja, alles gut. Alles gut. Ich habe nur gesagt, meine Angel ist jetzt im Arsch. Ja, wir haben ja im Notfall, haben wir ja... Also ist ja nichts hier drauf. Alter, auch. Ich habe vorhin gar nichts. Ich habe nicht mehr gesagt. Nee, ich habe mehr geduldet, also. Heute wohl kein Zielwasser gesoffen. Äh, also hier ist die. Irgendwas Wasser haben wir schon. Stein. Hier auch nochmal Kupfer. Oh, das sind überhaupt die richtige Kiste. Ah ja, hast du die ganzen Planken ausgenommen? Ja. Aha. Weiter, ich kann dir die wiedergeben. Nee, 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 alles gut. Ich war nur gerade verwirrt. Ich habe nur gerade verwirrt. Ach so, ja, ja, alles gut. Ich war nur gerade verwirrt. Und ich wollte nämlich sagen, ich hätte da so viel reingetan. Ja, ich habe die, weil... ...bauen die ja leider auch zum Bauen. Danke. Entschuldigung. Ich wollte hier noch so ein Ding... ...netz wieder bauen, hast du? Ich brauche nämlich unbedingt eigentlich eine neue Angel. Warte mal, soll ich gucken, ob ich dir eine Craften kann? Ja, kannst du machen. Oh, kann ich. Ja, ich... No. Moine? Nein, Mist. Nee. Bitte schön, hier. Liegt hier, Angel. Hui, guck mal. Kar Wamsmann hier. Den brauche ich gar nicht einfangen. Zack. Aber nur einsammeln. Ha, in deinen neuen Netzen. Guck mal. Jetzt wird's langsam. In deinen neuen Netzen. Ich glaube, aber der Anfang war die ganze Zeit schon so schwer. Können wir uns... Vielleicht habe ich es auch verdrängt, ne? Also wir haben... Ah, guck mal, wir haben... Oh, ich habe schon wieder Hunger. Das gibt's doch gar nicht. Ich esse erst mal eine Kartoffel. Ich kann... Ich kann... Kann... Das ist mal... Aber kosten nochmal die... Mittelsprächen. Da bräuch ich noch... ...n paar Planken. Die ganz großen sind natürlich... ...teurer. Und die kleinen werden nachher für die Kartoffeln... Dann können wir die Schuhe wegkauen. Weil... Oh... Jetzt haben wir einen Haken noch kaputt gegangen. Aber jetzt müssen wir eigentlich einen neuen Haken machen. ...und ja... Das ist ja echt... Oh Gott sei Dank, nicht ganz so teuer. Schrott habe ich hier reingetan... Haben wir keinen Schrott mehr? Äh... Habe ich. Achso. Weil... Ich muss gerade sagen... Alter, kein Schrott mehr? Nee, nee. Du brauchst noch viele Netze, wenn ich... Ah, ja, stimmt. So... Hm... Ich versuche... Ja, auch ein bisschen noch... Äh... Damit wir essen genug haben. Ich bin hier der Gärtner, der Fleischer, was weiß ich. Was bist du? Gärtner, Fleischer? Alles. Okay. Achso, wo ist meine Angel? Wo ist denn meine Angel? Sag mal. So... Nein, ich versuche hier... Zack. Angel ist draußen. Ah, ja. Äh, ich auch. Äh, Hilfe. Aua. Äh. Nein. Oh, Alter. Oh, Alter. Das ist nicht gut jedes Mal. Äh, äh... Er ist doof. Vielleicht müssen wir da nachher... Sollten wir da was vormachen. Kannst du dann nachher wenden. Oh, ich versuche... zu gucken, was benötigt du noch. Soll ich keine Seine machen. Du, 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 du... Ja, ich wollte nochmal ein Beet herstellen. Ein Beet? Ja, dasmal habe ich ein kleines gemacht. Wollte beten? Dasmal habe ich ein kleines gemacht. Blanke legen. Komm, den Fisch, den pfeife ich nochmal direkt rein. Da sind ja noch Fische. Kann ich jetzt Kartoffeln nämlich sehen. Oh, fache Wasser. Busser hinten eine Insel, sehe ich das richtig. So, das sieht nach der Insel aus. Kann ich mal irgendwo mittelgroßes... Ah, zwei Planken von mir drauf. Finde ich nämlich noch Ananas. Ja, da komme ich drisch mal drunter. Ja, so zwei Berge hat sie schon, ja. Kannst du glatt recht damit. Wir brauchen noch eine Flasche alleine fürs Befüllen, ja. Äh, kann ich mir... Das Schaufel. Schere, perfekt, um Wolle zu schneiden. Wolle? Ja, steht bei der Schere bei. Äh, findest du? Scharfe. Schmelze, Sammelnetze, Forschungstisch, den haben wir schon. Äh, ich wollte doch... Äh, ich wollte doch... Äh, ja, hi. Wo ist er? Ist weg. Okay. Ich hab noch mal Reparatur war... Rechtsklick und dann, äh, auf dieses... Genau. Dieses Healing-Symbol. Komm, variiert. Subi, ich hab mal die Zeit genutzt und hab mir ein Paddel gemocht. Ich höre Vögel. Ja, ich auch. Der Flank hat noch, obwohl der tot ist. Nein, das ist kein Bug. Den kann ich auch nicht. Komm noch mal drauf. Äh, ja, mein Dings ist kaputt. Achso, dein Speer. Wo sind wir? Kann auch keinen herstellen. Kannst du... Anker gehen? Bin ich. Oh. Lass Anker runter. Lass sie runter? Jo. Sauber hier. Ich kann noch kein Speer jetzt herstellen. Achso, warte. Äh, warte, ich guck mal. Die liegt jetzt daneben. Äh, wo waren ein Speer noch mal unter Waffen, ne? Äh, mir fehlen Planken leider. Ja, ich geh mal hier eben hoch. Hier können wir bestimmt... Oh, ich kann sie aber. Ich kann sie aber... Ja, dann mach du die fertig, wenn ich das nicht kann. Zack, müsste weg sein. Guck mal. Ja, ich geh eben bei Planken holen. Und Mangos. Und Geriss. Die Schaufel ist für den Dreck und da, wo wahrscheinlich Sand ist, könnten wir schaufeln. Wahrscheinlich, ja. Da schwimmt so viel Zeug im Wasser. Vor allem, wenn du... Vor allen Dingen Metall. Drei Metall hab ich schon. Metall, Erbsen? Achso, Erze. Drei Backen. Drei Backen. Drei Backen. Ich hab' nen Heil gefunden. Und ich hab' noch grüne Popeln. Oh. Oh. Also für grüne Popeln zum herstellen. Ich hab' leider nur noch eine Wassermelonen Samen. Ja, ich hab' aber noch welche. Ja, ich pflanze jetzt hier noch eine andere Nase. So. Ist ja egal. Ich wollte ja noch eh ein zweites Ding, dann kann ich da ja noch mal eine Minute. Oh. Oh. Oh Gott. So. Und dann schlafen wir noch mal weiter runter. Genau. Und dann. Um. 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 ja ich habe aber schon drei metall und fünf kupfer ich weiß wo ich gucken muss siehst mich sie tun ja ich habe sie tun wurde metallen als habe ich auch tun bei tomo jetzt nicht so wichtig ich bin ganz schnell hoch bin aber saufen da wie schnell man schaden kriegt dadurch ich sehe dich wo auch immer du warst jetzt gerade in der nähe von dir ich nehme ihn gerade noch den metallschrott mit das ist gut weil ich gucke echt ausgiebig nur nach ärzten jetzt gerade weil so ist das halt optimaler ach so sagen wir mal mitgenommen und dann geht auch aber auch bei glas und so und ich muss wieder hoch und ich habe hunger ich kann ja kokosnüse essen ich habe beide kokosnüse weggefuttert ich habe mal gefunden ich muss ganz schnell weg hier ich komme zurück weil dann kommt er gleich auch in meiner richtung ich bin auf derselben seite alter der hat mich aber erwischt so jetzt wollte ich aber essen wo haben wir mittleres beet ich habe gerade nur kleines beet war nochmal für die roten grütze weißt du wo wurde ich denn dieses grüne zeugchen getan ich mache noch eine fuß aber dann ach da sind noch grüne so davon haben wir jetzt sieben stück ja ich habe neun ok und fünf ärzte geht doch mit teil erzeugt auch drei stück ja wir müssen größer machen wir fahren los ja ja ich wollte noch ein bisschen glaube ich weiß wo ich kann das ja drehen so wir müssen eh in die andere richtung fahren hier dann tue ich da nochmal melone rein dann haben wir noch ein ananas da haben dann machen wir das aber dann nicht recht nur melone und nur ananas ne so und dann habe ich noch ein kleines da können wir dann die roten dann können wir die schuhe jetzt mal weg dann schmeiße ich die weg weil die nerven genau jetzt sollten wir vielleicht mal ein bisschen um den ausbau kümmern hier öh genau jetzt haben wir essen so gut wie alles angepflanzt bis auf palmen da brauchen wir aber die ganz großen dann könnten wir nämlich es wird eigentlich auch öh ich habe schon wieder hunger ähm gibt es eigentlich auch größere ähm eher ganz große äh da kannst du palmen dann drauf drauf nein ach das meine ich doch gar nicht äh größere ähm hier äh segel ich dachte ich müsste ok aber jetzt nochmal so ich weiß nicht jetzt ins wasser die schuhe was die guten schuhe so essenstechnisch äh sind wir ein bisschen äh gut drauf vorbereitet aktuell also aktuell haben wir so ein bisschen was auch an fisch und so wir haben auch wasser und ich glaube so langsam ich könnte ja vielleicht zum nachfüllen noch eine flasche machen oder für jeden eine zweite so weil das wird erstmal ein großes grund und dann kommt das oben noch drauf dann kommen oben ganz oben kommen dann palmen dinger hin dann haben wir immer auch planken ich habe eine kerzenflasche gefunden ich weiß immer noch nicht wie ich die anzünde ich weiß immer noch nicht wie ich die anzünde ich weiß immer noch nicht wie ich die anzünde weil wenn wir unten palmen dann haben wir so ich fisch hier weggeschmissen und unser netz hat die gefangen ist doch gut kein sehr helles licht aber ein hübsches aber wenn man mal einer sagen würde wie ich die an krieg ich habe doch gar keinen sperr mehr er fisch ich habe doch gar keinen sperr mehr er fisch er fisch aber nur aber nur leider aber nur leider aber nur leider einen schuss gegeben oder wie man sagt man so eine kleine baumplantage hier ja ja sehr geil